Franz Beckenbauer, Sie haben bei Bayern München gespielt, Sie haben beim HSV gespielt. Was ist das für ein Gefühl, wenn heute der VfB Stuttgart Meister wird? Ja, natürlich schlägt mein Herz nach wie vor für den HSV und für den FC Bayern. Auf der anderen Seite habe ich natürlich immer Sympathien für die Stuttgarter gehabt. Wir haben zu meiner aktiven Zeit beim FC Bayern oder auch beim HSV immer spannende Spiele mit den Stuttgartern gehabt. Und ich muss, man kann den Stuttgartern nur gratulieren zu dieser Mannschaft, denn sie waren eben über die gesamte Spielzeit, über die gesamte Saison die bessere Mannschaft.